Hallo, ich bin Timo Ratliff und heute ist ein schlechter Tag. Ein Verbrechen wurde begangen. Polizei suche die Spür in diesem Mord. Ich habe mit einem Polizist gesprochen an einem Tatort und sie hat Gerechtigkeit versprochen. Die Todesursache ist ein Schlusswunder. Der Täter ist unbekannt, weil es kein Zuge gibt. Guten Tag, ich bin Timo Ratliff und dies ist Newsroom dieser Woche. Deutschland. Dienstagabend, Trump gefangen im Bett mit Putin. Trump bestätigt in die Medien, um keine Informationen zu geben. Das Foto macht Krawal in Russland. Und loco, Polizei macht einen Züch für einen Mann, der so aussieht. Das ist bloß. Ich habe keine Angst vor diesem Mann. Dieser Mann kann anders aussehen, weil er ein Meister in Chikeri ist. Kontakt, Polizei, wenn Sie diesen Mann sehen. Oh meine Gute, schau auf die Zeit. Ich bin spät. Ich muss in den Volk gehen und meine Herren und Leute treffen. Ich weiß nicht, aber ich muss mit Ihnen sprechen. Du weißt, dass ich kein Lügen mal bin. Ja, natürlich. Du hast mich nie beleuchtet. Ich hatte in das Pentagon und fand, wie weiß der Illuminati alles, was wir wissen, ist falsch. Rauchst du? Was meinen Sie? Ich nehme keine Rauchen. Sie sage die Wahrheit. Warum belastigen Sie mich darüber? Ich bin nur für die Drogen. Wo sind Sie? Ich habe die Drogen hier. Ich frage nach Gummibären, nicht Gummiewärme. Ich wünsche, ich könnte dich erwergen. Ich sollst du nichts sagen. Ich bin bewaffnet. Hey Mann, es tut mir leid. Ich habe es nicht so gemeint. Es ist zu spät. Ich habe es nicht so gemeint.